... sind auf dem Gebiet anscheinend echte Profis. Zumindest wurden ihre Filmchen insgesamt mehr als eine Million Mal angeklickt. Unter anderem von meiner Kollegin Kerstin Schlichthorn. Schauen Sie mal, welche kuriosen Kommentare sie da gefunden hat. Hey, hier sind wieder für euch Becky und Tom. Wir sind nicht nur im Partner-Lub, sondern auch in Pyjamas. Grüne Katze, rote Katze, ja, Kitty-Twits-Katze. Das kann doch nicht ihr Ernst sein, oder? Doch, behaupten Rebekka Struminski und Torben Sebastian Reuter. Die beiden Abiturienten aus Kastro-Brauxel meinen angeblich alles so, wie sie es ins weltweite Netz posaunen. Wir haben eine Menge Leute erreicht und wir sprechen ihnen irgendwo aus der Seele. Also, da wir denken, da wir es schaffen, das Christentum mit so jugendlichen Themen zu verbinden. Becky und Torben sind halt ein bisschen anders. Die 19-Jährigen vertreiben sich die Zeit am liebsten mit Flötespielen, Memory zocken und Fanpost beantworten. Ihr als Töfte-Teens am Puls der Zeit, was haltet ihr von ... vor der Ehe? Täglich trudeln neue Reaktionen auf die Internet-Clips ein. Nicht nur nette. Lasst uns froh und munter sein. Oh Mann, ich dachte, so was gibt's nur in Albträumen. Wie kann man nur so drauf sein? Ihr habt wohl keine Hobbys. Wen interessiert dieser Dreck? Meine Mama sagt halt auch immer, Becky, Torben, ignoriert diese Leute. Ihr seid wunderbare Menschen, ihr seid besonders und es gibt Menschen, die das mögen, was ihr macht. Thema im aktuellen Blog, SEX vor der Ehe. Den lehnen die beiden strikt ab, haben aber Alternativvorschläge. Ihr könnt basteln, in die Eisdiele gehen. Windowcars, Freundschaftsbänder machen. Bleibt die Frage, ob die beiden nicht vielleicht selbst ein Pärchen sind? Die Rebecca und ich, wir sind sehr gute Freunde, aber jetzt mehr auch nicht. Entweder sie meinen das alles wirklich ernst, oder sie führen seit einem Jahr über eine Million YouTube-User an der Nase herum. Auf jeden Fall sind Becky und Torben aus Castro-Brauxel echte Internet-Ikonen. Denk drüber nach und... Genau. Bitte. Tschüssi. Unglaublich. 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 Unglaublich.